hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von drang's dogma dark arisen mit mir die den weg nicht findet vor lauter bäume also ich habe jetzt wirklich gedacht dass man hier in den weg findet aber ich bin einfach zu klemplem für sowas wir schauen mal ob wir es in diesem partner schaffen den weg zu finden was ich aber nicht ich bin im letzten part gestorben den weg wo ich dachte der geht nicht also muss er irgendwo von anderen seite her sein vielleicht wegen den bergen we must take care the past does not claim us as its next victims this place must have seen a ferocious also ich weiß halt nicht das lager kassadis hexenwald hier will wieder zurück zur hauptstadt gehen hier führten weg entlang den wir noch nicht kennen ich könnte auch mir denken dass hier so irgendwie im weg entlang geht ich habe keine ahnung oder durch den hexenwald das wird mich aber nerven wir schauen mal irgendwann irgendwo werden wir ankommen ich habe keine ahnung und Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde mit den stärksten. Ich werde mit den stärksten. Das war's. Ja. Das nehmen wir an uns. Ähm... Ja, nehmen wir mit. So, hier haben wir noch etwas Schönes. Gut, jetzt sind wir hier. Ähm... Auf die Karte gucken. Ja. Eigentlich können wir den Weg weitergehen. Das ist ja kein Weg. Das ist ja kein Weg. Ich bin gerade am überlegen. Ach, ich will meine Waffe wieder... Ach, ich will die Karte gucken. Genau. Ah... Ah... Ja. 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 Oh, sorry, du bist das... Das bringt nichts in der Nacht, hier rumzurennen. Ah, weiter. Wie gesagt... Einfach rennen, kommt jetzt. Wo ist sie denn hin? Warte mal. Ähm... Es ist ja bald... Äh... Okay, Mann, das zahlen wir. Ich hab keine Ahnung... Ähm... Ja, wir laufen jetzt so... Aber wieso? Warum laufen wir nicht da? Warum so am Unweg? Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Ich bin ein Bandit. Was ist denn jetzt kaputt? Was waren das denn für Gestalten? Irgendwelche Killermönche. Irgendwelche von diesem Orden da. Ich glaube, wir machen eine andere Mission. Ich finde den Ordn nicht verdammter Mist. Es ist zum Heulen. Ja, es ist zum Heulen. Deswegen habe ich damals meinen ersten Durchgang abgebrochen. Weil ich musste Mercedes irgendwie begleiten. Und ich habe den Weg nicht gefunden und bin überall durch, wo halt nur Gefahren sind. Und sie ist mit Laufen gestorben. Ja, das wird eine Suche. Wir haben es schon alle getötet. Und Also hier sieht es auch aus, aber es ist glaube ich nur der Fluss. Die Krambruch. Wie soll man denn sonst da hinkommen? Wirklich über den Hexenwald? Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Wo habe ich denn jetzt richtig? Wir kommen irgendwann nochmal da an. Oh ja. Okay. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Oh, okay. Gut. Sind wir wieder hier. Wir laufen in die falsche Richtung. Sorry. Ich habe auch keinen Zielstein gemacht. Aber wir haben doch einen ewigen Reisestein. Jetzt wartet mal. Benutzen. Sollen wir da mal hin? Ich würde sagen, ja. Aber ich verlaufe mich nur noch mehr. Und dann gucken wir mal, dass du durch den Hexen... Oh Gott, der Wald. Blöde Hexenwald. Aber es ist ja nicht direkt der Hexenwald. Der geht ja noch wohl ein anderer Weg entlang. Okay. Jetzt müssen wir zum Lager. Vom Lager versuchen wir das dann aus. Ich würde sagen... Im Lager erholen wir uns erst mal. Und dann gucken wir das so vom Lager aus. Wie den Weg finden, das ist so peinlich. Es tut mir leid. Ich würde mich auch noch im Kuhdorf verlaufen. Ja, ähm... Ich bin jetzt da. Dann müssen wir später da raus. Und dann hier so rum. Ich habe nie bemerkt, dass es eine Art Zweigung gibt. Einer geht zum Hexenwald und einer geht vielleicht in die Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ja, interessiert mich nicht für Instagram. Ich muss jetzt bei ihr klarkommen. Sorry, aber... So, bis zum Morgen ausruhen. Und dann schauen wir mal... Und dann schauen wir mal... Ich gehe mal kurz rein. Ich weiß gar nicht, wie ich in Level die bei da haben. 19... 20... 21... 21... Also... Irgendwas. Augenschütze. Für null anheuern. Für null anheuern. In. Gut. Ähm... Nein. Nein, nein. Kein goldenes Ei. Ähm... Ehm... Die muss schauen... Die muss schauen... Die muss schauen... Und da kann man... Ja... Ja... Ah... Stimmt... Ja... 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 Seid wohl. So... Dann haben wir jetzt Ich würde gerne Ansprechen Sehr schön Bin ja nett So, immer klasse Auf Wiedersehen Gut So, hund mir den Riff verlassen Und dann Muss ich den Herrschaften Ja auch noch Lampen geben Und dann beende ich den Part Es tut mir leid, das ist so ein Eier Aber was soll ich machen So, kommt, genau A rift stone A strange power emanates We can see Have your pick What do you like What will it be today Shh We better clear CK We can see Our So A park Our w Oh, so viele Hände. Kann... Kann man bei ihm... Ich würde gerne das später machen. So. Es tut mir leid, dass ich so katastrophal bin. Ja. Ich hoffe bei dem anderen Spiel... Also, dass ich... Ja, da wird das auch wahrscheinlich so sein. Ich meine Orientierung... Naja. Es ist aber auch blöd, wenn die Karte nicht so offen ist. So. Wir müssen zur anderen Seite raus. Oder kann man das umrunden? Ich glaube nicht, ne? Come on. Das ist ein Konsequenz. Die Granzer's searoots haben nicht so gut entwickelt. Dann hoffen wir mal. Dass wir den Weg finden. Der Manamia-Fahrt. So, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich beende den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Tricks wie immer. Ich muss mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wieder bis dahin. Adios.